Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Modatzelf. Auch in diesem Monat habe ich wieder einige Filme und auch eine Serie gesehen. Genre-mäßig und qualitätsmäßig war eigentlich alles dabei, deswegen würde ich eigentlich nicht groß drum herum reden und gleich mit dem ersten Film anfangen. Der erste Film ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness von Sam Raimi. Ein Film namens Multiverse of Madness mit relativ wenig Multiversum und wenig Madness. Generell merke ich leider, dass das Marvel-Schema selbst kreativer Regisseur wie Sam Raimi immer mehr einschnürt. Immer wieder hat man hier das Gefühl, dass das eigentlich funktionieren könnte, aber für mich macht es nie Klick. Das liegt auch irgendwie daran, dass gefühlt 50% des Dialogs aus leeren Plattitüden besteht und kaum zur Geschichte beiträgt. Und mittlerweile wird nicht nur vorausgesetzt alle Filme, sondern auch alle Serien gesehen zu haben. Es ist aber trotzdem so, dass hier und da die Kreativität, die Verrücktheit durchscheint. Speziell wenn es in die anderen Multiversen geht oder die Kämpfe gegen Ende des Films, welche generell eigentlich überraschend brutal sind, zumindest für Marvel-Verhältnisse. Unterm Strich ist es aber wieder ein Marvel-Film, der überragendes Mittelmaß ist. Die Serie, die ich in diesem Monat besprechen will, ist Moon Knight. Wenn ich jetzt die Marvel-Serien aus den letzten zwei Jahren rein müsste, wäre das hier so etwa im Mittelfeld leicht über What If. Positiv stark hier für mich Oscar Isaacs Performance heraus. Zwiegespalten sehe ich die dissoziative Identitätsstörung von Isaacs Charakter, bzw. eigentlich eher wie sie in die Geschichte eingebaut ist. Zwar ist das manchmal hochspannend, wenn anzusehen, vor allem wenn beide Identitäten aufeinandertreffen, doch dann gibt es auch Szenen, in denen man nur verwirrt da sitzt und nicht versteht, was gerade passiert. Der Rest ist dann wieder Marvel-Standard. Die Effekte sind gut gemacht, wirken aber teilweise fast schon Comic-artig. Auch der Antagonist fällt eher schwach aus, trotz eigentlich guter Performance von Ethan Hawke. Der zweite Film ist Im Dutzend Bildiger von Gail Learner. Ein Film, der divers daherkommt, aber weiß er nicht sein könnte. Ich kann nicht einmal viel zu diesem Film sagen, da ich die Hälfte vor Fremdscharm übersprungen habe. Hier also einige Stichpunkte, die hängen geblieben sind. Dafür, dass dieser Film ungefähr 150 Millionen Dollar gekostet hat, sieht er extrem billig gefilmt aus. Des Weiteren kann all die Schminke dieser Welt nicht überdecken, dass ein 50-jähriger Sackbraff nicht mehr als Mitte 30 durchgeht. Und jetzt eigentlich der Punkt, der für mich am ansteigendsten zum anschauen war. Dieser Film ist Corporate Diversity oder wie immer man das bezeichnen will, auf seinen Höhepunkt. Und dabei ist es häufig eher fremdschämend als wirklich sozialkritisch. Ein Beispiel dafür wäre eine Konversation zwischen Sackbraffs Frau und einem Sicherheitsbeamten. Dennoch möchte ich herausheben, dass dieser Film einer der wenigen ist, die das Phänomen der Gated Communities, also geschlossene Wohnkomplexe für meist reichere Familien behandelt. Dadurch fühlt sich dieser Film aber auch unglaublich elitär an und weniger wie die Gesellschaftskritik, die sie glauben. Der letzte Kritikpunkt ist eigentlich die Erzählweise selbst. Wichtige Plotentscheidungen werden gefühlt in Sekunden getätigt. Generell ist das Pacing einfach drunter und drüber. Der nächste Film ist Riders of Justice von Anders Thomas Jensen. Ein Film, der eine interessante Idee hat, aber diese nicht vollkommen umsetzt. Ein Film über Rache und Wahrscheinlichkeiten, der aber beides nicht vollkommen durchdenkt und am Ende etwas amivalent ist. Oder Film hingegen wieder punktet, sind die Charaktere. Jeder von ihnen mit einer interessanten Hintergrundgeschichte oder Eigenschaften. Und natürlich spielt Mads Mikkelsen das wieder einmal unglaublich facettenreich, gerade wenn es um die Beziehung mit seiner Tochter geht. Es ist also ein Film, der unterhält, aber einen am Ende doch nicht ganz zufriedengestellt zurücklässt. Der nächste Film ist Bo Burnham Inside von Bo Burnham. Einerseits ein unterhaltsames und definitiv einzigartiges Comedy-Special mit einigen tollen Songs, auch wenn sie stilistisch teils zu ähnlich für meinen Geschmack waren und Witzen bzw. Sketchen, die perfekt den Humor der Millennial-Generation und Generation Z abbildet. Andererseits ein persönliches Zeitzeugnis, in dem Wochen wie Tage vergehen und man mit seinen Gedanken alleine ist. Der nächste Film ist Your Name von Makoto Shinkai. Mich ärgert es eigentlich, dass ich kaum weiß, was ich zu diesem Film sagen soll. Auf jeden Fall lässt er fast jeden Ghibli-Film von Night platzen. So wunderschön ist das animiert. Dazu kommt eine Geschichte, die ich so noch nicht gesehen habe und einfach sympathische Charaktere. Wäre da nicht die manchmal holpige Erzählweise und die zumindest für mich gewöhnungsbedürftigen Musikmontagen wäre es eigentlich perfekt. Der nächste Film ist The Takedown von Louis Leterrier. Irgendwie ein Misch aus Standard deutscher Komödie und Standard Hollywood Action Film, nur halt in Frankreich. Das fühlt sich manchmal wie eine Werbung fürs französische Innenministerium und manchmal wie eine ernsthafte Aufarbeitung von rechtsextremen Strukturen in der Polizei und der Gesellschaft an, wodurch es im Gesamtpaket dann irgendwie nicht ganz funktioniert. Auch sind die beiden Protagonisten eigentlich sympathisch. Richtig Klick macht's beim Bodycop Aspekt aber nicht. Stichpunkt Schnitt. Dieser kann vor allem in den Kämpfen von Teilsehen ins Unkenntliche verfallen. Das alles fügt sich letzten Endes zu einem Film, der aber trotzdem irgendwie funktioniert und unterhält. Und ganz ehrlich, das ist am Ende doch das Wichtigste. Der nächste Film ist Everything Everywhere All At Once von Daniel Scheinert und Daniel Kwan. Ihr habt Doctor Strange 2 gesehen? Okay, also was ihr jetzt machen müsst, ist den Drogendealer eures Vertrauens aufzusuchen und euch etwa 1 Kilo LSD zu besorgen. Dieses konsumiert ihr und versucht anschließend eben jedem Film nachzuerzählen. Das streckt euch ab, dann ist Everything Everywhere All At Once nichts für euch. Für alle anderen ist dieser Film genau das. Ein Drogenrausch. Ein Rausch an Emissionen, Farben und Bildern. Funktioniert das denn im Gesamtpaket? Ja. Bis ihr dann von dem Trip runter seid bzw. der Film mit dem Tempo runter geht. Dann fühlt sich das nur mehr wie ein gutes Drama über Familien an. Und wie es mit den Drogen so ist, braucht es auch mit der Zeit immer mehr um den gleichen Effekt zu erzielen. Sprich, der Film wird skurriler und skurriler. Das ist dann leider auch der Grund, warum es hier leider nicht die vollen 5 Sterne gibt. Ansonsten ist hier nichts auszusetzen. Das ist großartig gespielt, vor allem Jamie Lee Curtis muss einfach für einen Oscar nominiert werden. Ansonsten gehe ich wirklich auf die Barrikaden. Und auch unglaublich toll gefilmt und choreografiert. Und so unglaublich witzig, dass der Kinosaal mehrfach in schallendes und weinendes Gelächter ausgebrochen ist. Dabei kommt aber auch die emotionale Seite nicht zu kurz. Zwar hätte Evelyns Beziehung zu ihrem Mann und Tochter noch etwas mehr Feinschliff benötigen können. Nichtsdestotrotz ist die Trauer, die Wut und die Verzweiflung auf eine Art porträtiert, die erfrischend ehrlich ist. So Dala, jetzt habe ich viel gesagt, doch die wichtigste Frage bleibt. Wird euch dieser Film gefallen? Hm. Schwer zu sagen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ihr ihn gesehen, nein, eigentlich erlebt haben müsst. Der nächste Film ist Chippendale Rescue Rangers von Akiva Schaffer. Wow. Also ich muss zugeben, das war wirklich eine Überraschung. Dass ein Disney Remake, wobei die Frage ist, ob man das wirklich als Remake bezeichnen kann, so selbstkritisch und mit teils sogar sehr erwachsenen Humor ist, hätte ich nicht gedacht. Jetzt ergibt sich natürlich auch ein Vergleich mit einem sehr ähnlichen Film, nämlich falsches Spiel mit Roger Rabbit. Und tatsächlich ergeben sich einige Parallelen. Hauptsächlich die Frage, wie sich fiktive Charaktere in die echte Welt einfügen würden. Einen echt interessanten Kriminalfall und Kritik am System Hollywood. Allerdings finde ich, dass Roger Rabbit dabei etwas mehr Charme hat. Ein vielleicht überraschender Kritikpunkt ist die Animation, bzw. eigentlich das Compositing. Zwar ist ersteres echt toll und kreativ umgesetzt, doch hat man das Gefühl, als wäre da einfach nur ein zweiter Layer im Schnittprogramm mit ein bisschen Color Grading draufgelegt worden. Das hat sogar Roger Rabbit vor mittlerweile 34 Jahren gefühlt besser gemacht. All diesen Kritikpunkten zum Trotz ist die Neuauflage auf jeden Fall eine positive Überraschung in diesem Jahr. Der nächste Film ist Senior Year von Alex Hartcastle. Das war schmerzhaft zum Ansehen. Zwar hat dieser Film so seine interessanten Momente und eine eigentlich interessante Prämisse, weshalb es auch einen halben Punkt mehr gibt, doch der Rest ist einfach schwer anzusehen. Da hilft es auch nicht, dass konservativ geschätzt die Hälfte der Laufzeit mit Boomerartigen Klischees und Popsongs vorgeschopft ist. Geht auf jeden Fall in die Worst of Liste dieses Jahres. Und der letzte Film in diesem Monat ist A Cure for Wellness von Gore Verbinski. Ein Film mit unglaublichen Bildern. Ein Film dessen Bioshock Einflüsse die klar sichtbar sind. Ein Film der eine sehr interessante, wen gleich verstörende Geschichte erzählt. Aber auch ein Film der in sich etwas repetitiv ist und daher für meinen Geschmack etwas zu lange dauert. Ein Film der auf jeden Fall einen Eindruck hinterlässt, sei es positiv oder negativ. Damit war es das wieder für diesen Monat. Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen und es war vielleicht auch der eine oder andere interessante Film für euch dabei. Falls ihr weiter auf dem neuesten Stand bleiben wollt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren oder mir gleich auf Letterboxd folgen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.